Hallo zusammen. Heute mache ich hier spontan ein Video zu einem nicht sehr schönen Thema. Ja, also ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Mir ist auch gerade nicht danach ein Video zu machen, aber ich wusste jetzt auch nicht wie es weitergehen soll, ob ich das dokumentieren soll oder einfach eine Pause machen sollte und dann, wenn mir wieder danach ist, ja, dann irgendwann vielleicht wieder mit den Videos anfangen sollte. Ja, aber ich denke, es ist besser, wenn ich einfach auch dieses Video hochlade und erzähle, worum es geht und es ist, wie es ist. Ich kann mir das nicht schönreden, mir geht es wirklich gar nicht gut und ja, also es geht um das Thema Überforderung mit dem Pferd oder bzw. Überforderung mit dem jungen Pferd. Ja, also ja, ihr seht es. Ich hatte einen kleinen Unfall mit Champi und ich habe mir dabei den Finger gebrochen und bin jetzt erstmal länger krank geschrieben und ja, reiten ist natürlich auch nicht. Mit dem Pferd arbeiten ist er auch nicht so gut. Ja, also all das hat mich zu einer blöden Situation geführt und ich muss einfach dazu stehen und sagen, wie es ist. Also ich kann ja mal von vorne anfangen. Vor drei Monaten ist Jombi zu mir gekommen. Ich habe sie zur Verfügung und sie ist vier Jahre alt und für ein junges Pferd ist das ganz normal, dass es übermütig sein kann, schreckhaft sein kann, unerfahren und so weiter. Das ist ganz normal. Das ist nicht das erste junge Pferd, mit dem ich zusammenarbeite. Deswegen dachte ich, lass mich drauf ein. Vorab habe ich natürlich auch ein Kennenlerngespräch gehabt und es wurde gesagt, dass die Stute sehr lieb ist, kooperativ, sensibel zwar, dass sie zum Beispiel ab und zu mit den Zähnen knirscht, aber sonst kann man alles mit dir machen, verladen und so weiter, alles kein Problem. Ja, und planen wir auch irgendwann, vielleicht im Sommer oder so, auf mein Turnier zu gehen. Und ja, ich wollte halt ganz normal so 20 Minuten, 30 Minuten einmal die Woche im Dressurunterricht mitmachen und ein paar kleine Hüpfer- oder Stangenarbeit. Beim Springtraining reicht ja auch nur ein paar Minuten und sonst übermäßig longieren, mal im Wald. Das war so alles geplant. Und ihr seht ja von mir in den letzten Videos, da haben wir auch ein paar Fortschritte gemacht, ein paar kleine Sprünge, Austritte haben wir zusammen gemacht. Einmal bin ich runtergefallen auf dem Austritt, das war der erste. Da hat sie mich im Galopp abgebuckelt. Dann habe ich sie wieder eingefangen, bin wieder aufgestiegen und bei den nächsten Austritten war es dann besser. Das passiert, das ist doch klar, das ist auch ein junges Pferd, das zum ersten Mal im Wald war und so. Das ist alles eigentlich nicht schlimm. Und ja, also beim Longieren war das immer sehr, sehr chaotisch. Also egal, ob ich in die Longierhalle, in die Überdachung gegangen bin oder auf dem Platz oder dort hin, dahin, sie ist am Anfang, ja, wollte sie nie erstmal einen hohen Schritt gehen, sondern kaum hatte ich halt so ein bisschen Abstand zu ihr und die Longe wurde so ein bisschen länger, ja, ist sie erstmal durchgegangen und war dann auch nicht wirklich so ansprechbar. Also das heißt, sie ist da ihre Runden gelaufen und wollte sich auch ab und zu mal losreißen und ja, dann habe ich sie dann dagegen gehalten und irgendwann, wenn die da sich ausgebockt hat und galoppiert ist wie am Spieß, dann ja, konnte man halt auch besser mit ihr arbeiten, aber also es hat sich da auch nichts verändert. Also ich dachte, klar, ein neues Jungs Pferd, das muss ich an die Umgebung gewöhnen, ist auch Stress und so weiter. Dann habe ich gedacht, ja, das macht man einfach regelmäßig und nach ein paar Monaten gewöhnt das Pferd sich daran und man führt erstmal Schritt in allen Ecken und vielleicht ist auch manchmal besser noch ein anderes Pferd dabei zu haben, also hat oft auch eine Freundin, ihr Pferd nebenbei longiiert, das zum Beispiel lieb war und vielleicht eine positive Ausstrahlung dann auch hat, auf die Chongi. Ja, nichtsdestotrotz war es halt immer dieselbe Prozedur und auch wenn ich halt zuerst wirklich halbe Stunde oder so Schritt geführt habe. Ja, ob mit Trense, mit Kappzaum, ausgebunden, unausgebunden, mit Halfter, es war immer dasselbe Szenario. Ja, einmal hatte sie Trense und Gebissheit drinnen beim Longieren und wollte sich dann wieder so losreißen, war nicht mehr zu kontrollieren, bis dann ihr Maulwinkel geblutet hat und ja, das geht gar nicht, klar. Habe ich auch nie wieder gemerkt auf mich mit der Longierbrille und so weiter. Das bringt einfach gar nichts. Die ist dann wirklich wie im Tunnel und ja, ist dann erstmal nicht ansprechbar, den ersten Minuten und deswegen habe ich dann auch eher nur noch mit Kappzaum longiiert und so weiter. Ja, gut habe ich mir nichts bei gedacht. Beim Reiten war es so, auf dem Außenplatz war sie ein bisschen ruhiger. In der Halle war es eigentlich immer ätzend, also irgendwie mochte sie die Halle überhaupt nicht. Ja, und kaum war irgendwie ein kleines Geräusch zu hören etc., war sie dann auch wieder total angespannt und rollt sich ein und die Muskel verkrampfen und habe ich gedacht, ja dann geht mir erstmal ein bisschen Schritt. Aber alles in allem hat man gemerkt, okay, die war da auch wirklich nicht sehr zufrieden mit dem Zähneknirschen. Das war am Anfang dauerhaft, egal ob am langen Zügel mit der Trenso und dem Gebiss. Im Schritt, zum Beispiel bin ich dann auch manchmal nur 20 Minuten Schritt am langen Zügel gegangen, da hat sie trotzdem geknirscht. Ich habe mehr Sättel ausprobiert. Ich hatte mehrmals den Tierarzt da, zwei verschiedene Sättler, Hufschmied, Zahnarzt. Ich habe fünf Gebisse, ja eine Reithafte ausprobiert. Osteopath war auch da. Ja, und da wurde halt gesagt, eigentlich sie hat keine Schmerzen, klar. So ein Jungs fährt auch manchmal Wachstum und so weiter. Aber dass es sich schon mental, ja, dieses Problem da so etabliert hat bei ihr. Also wenn zum Beispiel irgendeine Kleinigkeit war, wenn sie sich erschrocken hat oder sie, ja, so ein bisschen voran getrieben wurde, da macht sie eigentlich zu und fängt wieder mit dem Knirschen an und möchte da auch ungern mit aufhören. Also ich hatte ja dann am Ende das Gebiss, so ein D-Ring-Trense ohne Hebelwirkung mit Rolle in der Mitte zum Spielen für die Zunge, ähm, 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 für sie, ja, die Trends angebracht. Das hat eigentlich am besten funktioniert. Da wollte ich eigentlich auch, ja, richtig motiviert, ähm, ein gesondertes Video drüber machen. Für Pferde mit Anlehnungsproblem und, ähm, die Probleme mit der Zunge und den Zähnen und so weiter haben. Aber ja, vielleicht mache ich das irgendwann noch. Wie auch immer. Ich hab halt wirklich alles ausprobiert. Und, ähm, ja, war aber, ja, nach wie vor alles, äh, ja, nicht so optimal. Aber ich dachte mir auch so mit meiner Trainerin so, hm, ja, das ist halt so. Und dann wartet man halt so ein paar Monate ab. Ja, ja, also, ich dachte mir, ich lasse erst mal was Zeit vergehen. Ähm, ja, man muss natürlich sehr geduldig sein. Und, ähm, darf das Pferd auch nicht unter Druck setzen. Also, die Bestätigung, dass sie eigentlich keine Schmerzen haben sollte, hatte ich ja dann von allen Seiten bekommen. Und wie gesagt, kleine Fortschritte gab's ja dann auch. Ähm, ähm, ja, aber dann wurde halt hier und da mal das Training abgesagt, weil, ja, meine Trainerin dann gesehen hatte, an dem Tag, ist sie wieder schon so nervös und angespannt und, ähm, wartet eigentlich nur darauf, dass sie wieder, ja, äh, sich erstrecken kann und etc. Und dann meinte meine Trainerin dann hier und da mal, ähm, nee, macht keinen Sinn. Man schiehe doch einfach mal heute. Da machen wir, wenn sie wieder besser drauf ist. Ja, kann man so oder so sehen. Manche sagen, man muss darüber wegreiten, ähm, man muss dem Pferd die Angst nehmen, man muss das Pferd daran gewöhnen. Andere sagen, ähm, ja, macht gar keinen Sinn, äh, wenn das Pferd so angespannt ist, dann lieber morgen nochmal versuchen, vielleicht ist der Tag dann besser. Ja, ja, aber wie gesagt, ähm, vom Boden aus war sie ja dann noch weniger eigentlich fast zu kontrollieren und, ähm, ja, irgendwann hat das dann auch wirklich null Spaß gemacht, weil ich dann auch schon wusste, was dann wieder kommt. Und, ähm, Jombi hat dann auch jedes Mal versucht, nach mir zu treten und, ähm, klar, das darf man nicht durchgehen lassen. Dann muss man, äh, leider auch die Peitsche nehmen oder etc. und das Pferd wieder rausschicken oder dann auch mal bestrafen. Das ist unter Pferden auch so, ähm, ja, dass sie die Rangordnung klären müssen etc. Aber nach einem Treten, ähm, ja, das geht natürlich gar nicht. Und ich hab mir auch nichts dabei gedacht. Ich dachte, ja, ähm, das wird man ja auch abtrainieren können, ausziehen können und, ähm, das, ja, und dass das Vertrauen irgendwann dann auch stärker ist und die Rangordnung dann auch geklärt ist. Das ist das, ja, ich hab das nie in Frage gestellt, weil ich kenne das von so vielen Pferden und es ist nie was passiert. Ähm, ja, und dann habe ich dann erstmal so weitergemacht, ähm, ich hab dann auch gefragt, ob ich beim Springtraining mal ab und zu da mal mitten machen könnte oder wenigstens einmal zum Versuch. Da es ja selber das schon ausprobiert hatte und, ähm, ich dachte, es tut ihr ganz gut, wenn sie sich auch so ein paar Kliffstangen oder so ein kleines Cavaletti mal konzentrieren kann. Also, dass sie dann auch geistig, ähm, ausgelastet ist und, ja, dann hat die Trainerin gesagt, ja, ich guck erstmal, wie die so läuft. Und, ähm, dann war ich halt in der Halle und sie meinte, nee, tut mir leid, also ein Pferd ist irgendwie nicht bei der Sache. Die ist, ähm, da noch zu wild und unausbalanciert. Ich möchte nicht, dass du dir was tust und da runterfliegst, ähm, wir versuchen das vielleicht ein paar Monate mal, aber jetzt gerade, äh, würde ich sagen, reitest du mal nicht mit in der Springstunde. Und, ja, gut, war dann schade, fand ich, weil, äh, für mich so ein paar Stangen hätten es ja auch getan. Ich hätte ja denselben Preis bezahlt und wäre dann auch nach 20 Minuten gerne rausgegangen, aber okay, ja, dann, ähm, war ich halt echt eingeschränkt irgendwann, ne. Also, es findet sich dann auch irgendwie nicht immer jemand im Stall bei uns, der dann auch mit mir rauskommt. Alleine ausreiten geht mit ihr nicht. Ich hab versucht, so ab und zu mal so Schrittrunden im Wald zu machen, aber da war sie dann wieder mega nervös und wollte einfach nur zurück nach Hause rennen. Und, ähm, ja, selten haben dann so ein paar Leute mich immer mitgenommen zum Ausreiten. Ja, dann hatte ich auch überlegt, so, hm, vielleicht, äh, ja, muss ich ja mal den Stall wechseln, wo sie viel mehr Auslauf hat. Oder, ähm, andere Trainingsmöglichkeiten, et cetera, et cetera. Ich hatte mir dann zehn Stelle angeschaut, hier in der Umgebung. Ja, aber da war jetzt nichts dabei, was mehr Auslauf gewährleistet hätte. Ähm, ja, oder dann kamen die Pferde halt, ja, über sechs Stunden raus ohne Heu auf dem Paddock und so Sachen. Ähm, ja, oder die Trainingsbedingungen waren da sehr eingeschränkt an. Irgendwie war da immer was, wo ich gedacht hab, hm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt mit dem Pferd das auszuprobieren und in einen neuen Stall dann zu ziehen, wo das nicht zu 100% sicher ist, dass das, ja, alles gewährleistet ist. Die Chompy ist halt sehr flexibel. Ja, da war ein Stall, ähm, ja, bei meiner alten Trainerin, der war echt optimal. Da waren die Pferde auch in Offenstallen, ähm, Offenstellen gehalten, immer, ja, fast 24 Stunden draußen. Und trotzdem hatten die da tolle Möglichkeiten zum Trainieren und so. Aber da war alles voll. Ähm, dann hatte ich auch bei uns gefragt, gibt's vielleicht noch einen anderen Offenstaller, wo ich vielleicht mal irgendwann reinziehen kann. Da war auch alles voll. Ja, dann dachte ich auch, zu dem Zeitpunkt, ja, einfach gedulden. Hab das der Besitzerin dann auch so gesagt. Ähm, ja, dass vielleicht, ja, die Haltungsform geändert werden muss. Also die Besitzerin hat gesagt, ja, das war, war der irgendwie nie so. Das Chompy da irgendwie immer so langfromm wie ein Polizeipferd gelaufen wäre und, ja, ab und zu mal geknirscht hätte. Aber das war's. Naja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich, ähm, ja, wollte, äh, stimmt, ich wollte ja dann auch noch mal das Verlagen üben. Ich hatte mir extra einen Hänger gekauft und, ähm, dachte so, ja, man kann ja vielleicht das wenigstens mal ausprobieren. Mir wurde gesagt, die lässt sich super verladen, dass es da keine Probleme gibt. Dann habe ich das ausprobiert, ähm, ja, mit meinem Freund an dem, einem Tag und da ging nichts. Also, wir haben uns auch echt lange Zeit gelassen, ähm, Feuernetz gestopft, ähm, Futter mitgenommen. Ähm, ich habe sie lange den Hänger auch anschauen lassen, ähm, mit begrenzen, etc. Sie wollte nicht drauf und, ähm, hat zwar den Kopf da so hingespreckt, aber dann ist sie auch seitwärts runter, wollte einfach, hat sich ungeregt, wollte weglaufen und, ähm, etc., etc. Ja, war dann auch in der Realität wieder ganz anders als, ja, in der Erzählung. Und, ähm, ja, ja, habe ich gedacht, okay, versuche ich das irgendwann mal anders, ja, noch vielleicht mit Leuten und so eine Nalange zum Begrenzen und so weiter. War da aber schon echt enttäuscht und frustriert, muss ich einfach mal zugeben, ich habe mir das nicht so vollgestellt. Also, ich weiß, dass viel Arbeit ist, ich weiß, dass man, ja, sehr viel lernen muss und so weiter, dass man auch Rückschritte machen kann, aber so viele Baustellen auf einmal, ähm, habe ich nicht mit gerechnet, weil mir wurde ja gesagt, die ist eigentlich top, die ist einfach nur ein Junge und braucht so ein bisschen Erfahrung hier und da. Ja, ja, gut, kann man jetzt auch sagen, ach, Natascha, wie naiv bist du denn, ähm, was holst du dir dann auch so ein Junge Pferd? Ja, kann man mir jetzt auch so sagen, es ist dann so, aber ich kenne auch viele andere jungen Pferde, auch bei unserem Stall oder an anderen Stellen, ähm, wo das ganz anders der Fall war, wo die auch, ja, das auch erkannten mit dem Hänger ganz gut und dann, ähm, draufgegangen sind oder dass sie dann auch, äh, nach so ein paar Monaten auch vierjährig mit dem Springunterricht gehen konnten oder Manche sind einfach, ja, sogar so, dass sie eine Reihpferdeprüfung auf Turnier gehen können oder, äh, Springpferdeprüfung sogar auf A-Papro-Höhe mit vier Jahren, also, Ja, gut, ähm, muss jetzt nicht der Optimalfall sein, aber trotzdem gibt's auch solche und deswegen dachte ich so, ja, so ein paar Bausteine hat ja jedes Pferd und ist halt so, aber so vieles war dann schon so ein Schlag ins Gesicht. Und dann dachte ich so, gut, alle Erwartungen erstmal runterfahren, ähm, ja, hab dann auch mit meiner Tränerin klar auf Grundsprach gehalten und so. Ich dachte jetzt erstmal so ein bisschen Bodenarbeit, Vertrauensarbeit, ähm, ja, äh, Longtieren und so, ne, und dann an dem Tag war meine Schwester mit, wir wollten in den Wald gehen, Es war richtig gutes Wetter, es hat nicht geregnet, nicht gestürmt, etc. Und da fing's wieder schon an, sie wurde schon so ein bisschen wieder nervös, das hat sie halt mal, und dann gehen wir so weiter. Und dann hab ich auch versucht, klar, die immer wieder, ja, anzuhalten, anzusprechen, wieder dran zu treten, rückwärts zu richten, etc. Also, naja, so ein bisschen das Kommando mal anzugeben und dann war wir auf dem Springplatz, da waren noch Pferde, etc. Nebenan auf den anderen Plätzen und dann, äh, ja, hab ich schon gesehen, wie sich wieder die ganze Muskulatur anspannte und da wusste ich schon nicht so, ja, soll ich die jetzt laufen lassen oder nicht? Ja, und dann dachte ich so, aber die ist so heiß, die hat so viel Energie und ist jetzt so angespannt, die muss eigentlich laufen. Ähm, ja, und dann wollte ich sie das rausschicken, dass sie so ein Zirkel um mich läuft und da war sie schon direkt wieder am Abgehen, wollte durchgehen, wollte sich losreißen. Da hab ich sie, ja, versucht nochmal unter Kontrolle zu kriegen, ähm, nochmal durchpariert und dann wollte ich sie nochmal rausschicken und hab ihr auch, also, ja, naja, versucht sie zu beruhigen, aber trotzdem auch streng durchzugreifen und mit der Peitsch zu begrenzen, falls irgendwie was ist. Und dann, ähm, ähm, äh, ist sie vorne hoch, hinten hoch und, ähm, das war wenige Meter von mir entfernt und hat richtig doll ausgetreten und auf mein Gesicht gezielt. In letzter Sekunde habe ich dann meine Hand, so schützend vor meinem Gesicht gehalten und da hat sie, ja, meine Hand getroffen, meinen Finger. Ähm, da konnte ich sofort, äh, nichts mehr bewegen und, ähm, die Zombie hat sich losgerissen mit der Longe, ist dann über den Platz gelaufen, ähm, und wollte über den Zaun springen. Da hab ich noch meiner Schwester zugerufen, halt sie auf, ähm, und scheuche sie weg, etc. Meine Schwester hat irgendwie, ja, die dann eingefangen, versucht zu beruhigen, aber da war sie auch schon wieder, ja, völlig im Tunnel und es wollte sich da wieder losreißen, ist nur galoppiert, ähm, ja, haben wir sie in den Stall geführt. Meine Schwester musste dann alles abmachen, weil ich konnte meine Hand nicht mehr bewegen und, ähm, ja, dann sind wir direkt ins Krankenhaus, geröntgt, ja, gesagt, ähm, der Finger ist gebrochen und das, äh, Finger, der Zeigefingergelenk, das ist auch gebrochen. Also das ist hier, genau, dieses Gelenk und der Finger an sich hier, also der untere Teil, da, genau, ähm, ja, und das dauert natürlich jetzt erstmal so vier bis sechs Wochen, bis das Gehalt ist, ja, und dann, äh, sollte ich aber nochmal zum Handchirurgen, weil der Bruch jetzt nicht so einfach, so eindeutig war, ja, dann bin ich dann halt noch, ähm, am nächsten Tag zum Handchirurgen in die andere Klinik gefahren. Das hat dann nochmal vier Stunden gedauert, bin im ganzen Hin und Her auch nochmal CT gemacht. Da meinte die Ärztin, so, ja, sieht so aus, als müsste es operiert werden, weil das Kugelgelenk, ähm, rotiert und, ähm, das sein könnte, dass man da nicht mehr irgendwann so richtig eine Faust machen kann. Ja, da war ich dann auch erstmal ein bisschen fertig, aber nach dem CT meinte sie, wir sollen das erstmal ohne OP so lassen, es könnte, sieht eigentlich so aus, als würde das verheilen, vielleicht mit einem kleinen optischen Unterschied zu der anderen Hand, ähm, aber, ähm, sie meinte, sie denkt, wir können uns die OP sparen. Ja, wie auch immer, ich war da mit den Nerven am Ende, ich hatte mit meinem Freund gelegen, mit meiner Schwester, mit, ähm, anderen Freunden, die Pferde besitzen, und, ähm, ja, dann haben wir alle eindeutig geraten, also von meinem engeren Kreis, ähm, gibt das Pferd wieder ab. Ähm, ja, also, ich, ähm, war da erstmal richtig überfordert, ob das eine gute Entscheidung ist, ich meine, ich wollte das mit dem Pferd, ähm, ich wollte das mit dem jungen Pferd, ähm, eigentlich gebe ich ein Pferd nie direkt auf, ähm, ähm, ich hab mit dem Lino und etc. immer Jahre gearbeitet, ähm, eigentlich hat man immer einen Weg gefunden, aber mir wurde dann klar, als ich auch mit vielen anderen geredet habe, das ist ein harter, langer Weg mit so einem Pferd, was in jungen Jahren halt schon sehr viele Baustellen hat, ähm, ähm, mit dem Zähneknirschen etc. und dass die dann oft auch geistig so im Tunnel ist, ähm, das hätte alles vielleicht gut gehen können, vielleicht in einem anderen Stall mit einer anderen Haltungsform etc., ähm, hätte auch nicht sein können. Jetzt fragen sich bestimmt viele, ja, warum holst du denn nicht einfach ein Breiter, das macht doch jeder mit einem jungen Pferd, ähm, ja, die war ja ein Brit und da kam die dann halt, ja, mit dieser Macke da raus, dass sie angefangen hat zu knirschen, also die ist wirklich hochsensibel und man kann sich da auch draufsetzen und, ähm, einschüchtern und dominant sein, aber das, finde ich, bringt bei den Pferden überhaupt nichts, ähm, und, ja, keine Ahnung, also, klar, meine Trainerin hätte gesagt, das hättest du geschafft und, und so weiter, aber, wie gesagt, ich habe mich da wirklich, äh, oft hilflos gefühlt und, ähm, da und dort konnte ich dann halt nicht im Unterricht mitreiten etc., ähm, und, ähm, ja, ich finde, im Nachhinein lässt sich das immer so einfach sagen, ja, ach, zu viel Ballast oder nee, hätte man auch immer geschafft, aber ich habe einfach überhaupt gar kein gutes Gefühl, ich, ähm, bin dann einfach nur noch mit Angst in den Stall gefahren, ähm, immer mit der Sorge, so, heute könntest du wieder explodieren, heute könnte ich mir wieder irgendwas brechen etc., und, ähm, irgendwer kriegt das irgendwie immer hin mit jedem Pferd, aber es ist einfach die Frage, wie viel Nerven hat man selbst dafür, wie viel Zeit und Geld will man dafür investieren, und das war einfach für mich, einfach, ich habe mir das einfach anders vorgestellt, ähm, nach den ganzen Angaben etc., und der Erfahrung auch, die ich mit so anderen Jungen Pferden gemacht habe, die man so ungefähr vergleichen konnte, im Endeffekt ist jedes Pferd individuell, man kann nichts vergleichen, ist halt so, ich kann jetzt auch verstehen, dass jetzt viele sagen, so, ah, nee, das geht gar nicht, äh, wie du da handelst, und, äh, das ist ja echt fahrlässig, und jetzt ist das Pferd da extra angeschleppt worden, jetzt muss das wieder zurück, äh, etc., klar, das ist mega schlimm, also, was passiert jetzt mit ihr, wird sie einen guten Sitz herkriegen, keine Ahnung, das ist einfach scheiße, und, ähm, es ist mir mega unangenehm, und ich fühle mich auch wie ein Versager irgendwo, aber ich muss mir das einfach eingestehen, ich muss ehrlich zu mir sein, das bringt einfach nichts, dass man das, wie ich das jetzt immer gemacht habe, einfach runtergeschluckt habe, und so, die Stärke gespielt habe, es bringt einfach nichts, das ist weder dem Pferd geholfen, noch mir, ähm, es ist eigentlich Reiten, ist meine Leidenschaft, mein Hobby, und ich möchte, ja, wieder Vertrauen zum Pferd haben, und, ja, ist halt echt nicht gut gelaufen, vielleicht hätte ich das nie ausprobieren sollen, ich weiß es nicht, aber eigentlich, ähm, wer nichts mag, wer nichts gewinnt, ähm, eigentlich hieß es wirklich so, da passt das alles, und, und, ja, die ist jetzt auch bereit, jetzt, äh, bald irgendwie aufs erste Schnier zu fahren, etc., ja, naja, gut, die Realität sieht dann doch anders aus. Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht bei mir, ähm, ja, das macht mich unfassbar fertig und super traurig, weil so ein Pferd oder so ein eigenes Pferd, das war immer mein großer Traum, ja, ich wünsche mir, dass ich vielleicht irgendwie irgendwann irgendwo dieses Pferd finde, das gut zu mir passt, das, äh, vielleicht, äh, ja, etwas, ja, ausgebildeter ist, ähm, ja, nicht so viele Baustellen hat, wo man, ja, vielseitig, ähm, reiten kann, ab und zu, ja, Tressur, ein bisschen springen, wäre schon schön, das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, Gelände, Turnier, ja, das wäre auf jeden Fall mein Traum, aber so schnell, ähm, weiß ich nicht, ob ich das, ja, realisieren kann, ob ich dieses Pferd dann finde, ich muss jetzt, ja, zurückschalten, vielleicht, ähm, habe ich die Möglichkeit irgendwie, wenn mein Finger auch, ja, wieder verheilt ist, ähm, den Nino mitzureiten, meine alte Reitbeteiligung, ja, also, mal sehen und dann erst mal zu schauen, ja, ob es vielleicht ein anderes Pferd gibt, auf jeden Fall, Jumpy kommt leider, leider, leider wirklich zurück, ähm, in, ja, zu der alten Besitzerin, ähm, es tut mir wahnsinnig leid, das Pferd, ich fühle mich einfach wirklich scheiße und richtig schlecht und, ja, es ist, äh, nicht schön, ähm, ja, ich wünsche mir, dass, äh, das Pferd glücklich irgendwo ist und jemanden hat, der ihr wirklich gerecht werden kann, ähm, ähm, ja, ich kann auch verstehen, dass jetzt vielleicht dann, ja, also viele vielleicht hier den Kanal nicht mehr verfolgen wollen, ähm, oder enttäuscht sind, etc., es tut mir dann sehr leid, aber, ähm, ich weiß jetzt gerade selber nicht, wie es weitergeht, ähm, ich fühle mich, ja, wie es ist, wie es ist, ich fühle mich einfach überfordert und das ist eine Schwäche und ich möchte die einfach auch offiziell einstehen und, ähm, ja, ehrlich sein, einfach ehrlich sein. Okay, ich denke, das war's mit dem Video und, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bis dann.